Herzlich Willkommen zum neuen Netflix Play von Easy Peasy. 19.10 Uhr. Wir befinden uns auf meinem Stapelschirm. Hier ein paar Rosen im Hintergrund. Ich liebe Rosen. Falls das Rosen sind. Ich habe 31 neue Whatsapp Nachrichten. Das sollte ich vielleicht mal anschauen. 14 neue Nachrichten. Ja, also passiert halt nochmal, wenn man so ein Gamer ist und viel zu tun hat. Ja, gehen wir mal weiter auf die nächste Seite. Heute ist der 14. März. Vor allem im Monat war Ballentienstag, Leute. Hier noch die ganzen Apps, die ich ganz gerne verwende. Also Instagram. Ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen. Scotty. Ja, Dropbox. Oh, ich habe eine Messenger-Nachricht. Wie PS Office. Also die ganzen Apps, die ich ja gerne verwende. Aber jetzt geht es mal zu den Spielen. Hier haben wir so drei Spiele, die ich ganz gerne spiele. Also das sind auch meine Lieblingsspiele. Da habe ich schon viele Highscores drin geknackt. Gehen wir mal direkt auf Math Master. Ja, also ihr seht hier meinen Benutzernamen. Ihr könnt mir gerne folgen. Hier können wir gemeinsam knifflige Mathe-Rätsel lösen. Ja, also ich würde sagen, wir spielen direkt mal. Es gibt verschiedene Kategorien. Additionen, Subtraktion, Durchschnitt, Millionenreihe, zufällige Grundlagen. Ja, also ich mache ganz gerne zufällige Grundlagen. Das ist jetzt alles noch gesperrt, aber eigentlich habe ich da schon ziemlich viel gespielt. 6x4. 6x4. Oh ne, also normalerweise passiert mir das nicht. Aber ja, also ihr könnt euch da noch Tipps und Tricks anschauen. Das mache ich ganz gerne so. Komplex, 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 Equation. Ja. Also hier ist noch ne Werbung auch. Also das werde ich mir nachher auch runterladen. Ich liebe dieses Spiel eigentlich, ja. Schon wieder ne Werbung. Ja, also auf jeden Fall ein cooles Spiel. Kleine Review dazu. Lade es euch runter. Können wir gemeinsam spielen. Mathmaster. Definitiv. Ein Download wert. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.